Der Ukraine-Konflikt beschäftigt uns alle. Und so trafen sich am 26.02. ganz, ganz viele Menschen am Markt in Lübeck. Und das, um eine Mahnwache abzuhalten. Und so stehen wir hier solidarisch mit der russischen Friedensbewegung. Vor allem aber erklären wir uns solidarisch mit der ukrainischen Bevölkerung. Unzählige Menschen befinden sich auf der Flucht vor den Panzern. Zu viele mussten schon jetzt ihr Leben lassen. Es ist an uns als internationale Gemeinschaft, in den nächsten Tagen und Wochen unseren ukrainischen FreundInnen mit Zuflucht und Unterstützung zur Seite zu stehen. Wir rufen Präsident Putin auf, umgehend die Kriegshandlungen einzustellen. Die Bombardierungen müssen sofort gestoppt werden. Unter den angesammelten Menschen waren auch viele Jugendliche. Und die, die haben natürlich auch eine Meinung. Also hier schon gut ausgedrückt wurde ja, dass man alles dagegen können sollte, bloß nicht mit Waffen. Stimme ich zu. Ja, absolut. Ich glaube auch, was viele unterscheiden ist, was wir hier machen können. Ich glaube, auf Demos gehen bringt auf jeden Fall sehr viel. Ich finde es immer noch sehr erschreckend, dass manche Leute sich weder dafür interessieren, noch irgendwas dagegen tun. Also Posts teilen oder darauf aufmerksam machen. Und ich finde das unbegreiflich, dass Leute trotzdem einfach die Augen vor diesem Problem verschieben. Natürlich kann auch eine einzelne Mahnwoche nicht so viel verändern. Aber wenn wir alle zusammenarbeiten, dann schon. Was denkst du denn über das Thema? Wie kannst du was verändern?